moin moin und herzlich willkommen hier zurück bei kart rider drift und heute werde ich mal den führerschein test hier mal versuchen zu bestehen erst mal den controller starten so er ist gestartet vibriert hat er gemacht wird noch geladen so und meine maus sollte auch mal verschwinden tägliche belohnung denn dann tag 6 belohnung ist verfügbar navigiere zur event seite um die belohnung zu sehen okay wir haben ein bisschen ein paar münzchen bekommen ein paar münzchen haben bekommen 1000 belohnung okay ja gut das ist halt tägliche belohnung die bekommt man halt ja ja dafür bräuchte ich lb und rb so der benutzer definiert das wollen wir nicht wir wollen den führerschein so ich hab das schon ein bisschen angefangen macht auf jeden fall fern und die kopfhörer sind ein bisschen zu laut so der sound so in ordnung ich hoffe doch mal kurz ein kleines bisschen bei obs noch hochgeschraubt so okay so spitzen spritz angriff da habe ich nur einen stern erreicht ja wir brauchen auf jeden fall mindestens 35 punkte um drei sterne zu erreichen das machen wir jetzt mal weiter es befinden sich auf der strecke trifft so viele attrappen wie möglich mit den wasserbomben trifft rote attrappen um extra zu halten soja das kennen wir schon alles es ist am anfang total easy da ist eine strecke und ja man soll auf jeden fall so einige von den attrappen da treffen npcs so da fangen wir doch mal an drei zwei ein so ein splash du direkt vier erwischt geilo ja da muss man leider nicht da muss man leider nicht fahren da muss man nicht unbedingt fahren ähm man muss einfach nur wasserbomben werfen um da ihre äh oh sogar zwei rote erwischt geilo alter schwede das ist besser das läuft besser als letzte mal ok das war nur einer bevor die zeit abläuft muss ich auf jeden fall so einige erwischen am besten so oft oh doch mal zwei erwischt geile schon mal zwei sterne alter alter ich komm mal ich bin schon beim zieler ich bin aber im ziel erreicht ich habe meinen ersten führerschein okay let's go führerschein test bestanden okay verlassen so okay das haben wir schon mal erledigt zielerfassung war nicht gerade einfach ich hab das mal ausprobiert man muss auf jeden fall darauf achten welche man zuerst treffen muss grün rot oder blau grün gelb oder blau so jetzt bin ich schon farbenblind blau gelb und rot natürlich so es funktioniert so wie so einem rennen klar okay das ist erstmal der roten seine gelben dann im blauen ist nicht gerade einfach aber wir probieren es so ok zielerfassung ich muss den blau zuerst verfehlt diese bescheuerte kurve jetzt aber der erste und nur zwei und drei erledigt nein 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 nicht die grünen ich habe den roten trotzdem erwischt aha so blau und grün zuletzt ja genau grün ich wollte schon wieder scheiße oh mein Gott ey okay Nummer äh Nummer rot genau Nummer zwei und Nummer na so grün zuerst nein ich habe oben der Sticker hat nicht mehr reagiert ich habe mich ein bisschen aufs Lenk konzentriert rot und grün natürlich Mission bestanden ja endlich Alter läuft ja besser als letztens läuft ja besser als letztens nur ein Stern jetzt ernsthaft ernsthaft ich habe nur ein Stern erreicht oh man ok dann nochmal muss schneller sein definitiv Bäm der rote der blaue Ah scheiße und na jetzt ich drücke ab und zu kommen das ist zu schnell na rot ok rot erledigt blau und natürlich grün blau jetzt jetzt nicht gerade easy aber oh nein jetzt hat mein scheiß Stick schon wieder scheiße reagiert wo zuerst jetzt grün und zuletzt natürlich blau so jetzt gehts mal ein bisschen schneller hier voran oh jetzt gehts mal ein bisschen schneller hier voran grün blau jawoll erledigt blau blau oh man Zeit abgelaufen naja man ist unter Zeitdruck man steht unter Zeitdruck ähm 24 Punkte sind nicht leicht zu erreichen ich habe nur naja zwölf geschafft haha das ist nicht gerade easy äh nächste Mission nein ich möchte gerne wiederholen springen bitte blau rot und grün am besten den letzten so schnell wie möglich abknallen na grün ich weiß nicht ob ich nicht kann mich dann steuern ja ja ich kann steuern stimmt ich habe die ganze Zeit gedacht das läuft vielleicht automatisch nein nein falschen was stimmt denn mit meiner Lenkung hier nicht jedes Mal ich habe keine Ahnung ich habe die ganze Zeit ich habe die ganze Zeit wir haben die ganze Zeit ich habe die ganze Zeit zu schnell gedrückt jaja rau 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 Nein, oh, schon wieder zu schnell gedrückt. Rot, 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 rot. Oh, Zeit abgelaufen. Verdammt. Was habe ich jetzt geschafft? Oh, nur ein Stern. Oh Mann, ey, ich schaffe das einfach nicht. Das ist nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Weiter im Text. Ich schaffe das jetzt. Wissen wir, schaffe ich es. Rot. Grün. Ja, am Anfang läuft es eigentlich easy. Nur wenn die in den Kurven fahren, dann kann man schlecht zielen. Rot, 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 rot. Held, Held, ja. Rot, warum ist die schon aktiv? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Nein, nicht grün. Nein, die war doch schon. Ich habe doch schon. Was mache ich denn? Oh Mann. Oh nein. Ich mache schon wieder Scheiße. Nee, komm, Alter. Ich kann hier nicht abbrechen. Ja, komm, ey, komm. Komm, ist egal. Komm, ist egal. Bäm, 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 bäm. Ich mache das jetzt einfach auf die Katze hier. Nee, keine Punkte erreicht. Ich falle jetzt einfach auf. Los, scheißegal. Oh Mann, jetzt bin ich irgendwie außer Kontrolle geraten. Okay, okay, okay. Gieß mal Concentration. Blau zuerst. In den Kurven ist es nicht einfach, weil da muss man versuchen zu zielen und gleichzeitig lenken geht es schlecht. Nein, was denn? Hä, ich habe ihn doch getroffen? Okay. Blau, 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 blau. Auf den Geraden geht es am besten. Auf den Geraden läuft es am besten. Ja, gut. Rakete. Nein, grün. Jawohl, erwischt. Rot. Nein. Verdammig. Und die wechseln auch ständig die Position. Es ist nicht gerade einfach zu zielen. Gerade dann. Und in den Kurven. Man muss gleichzeitig zielen und lenken und das ist schwierig. Und weggewenzt. Und jetzt hat man... Oh, 14 Uhr, Alter. Zwei Punkte mehr als vorher. Oh, Mann, Leute. Ich glaube, ich fahre ein sticknormales Rennen. Ich habe die Schnauze voll. Ich fahre ein sticknormales Rennen. Die, ähm... Ja, die Führerscheinprüfung, die mache ich später. Das ist mir ein bisschen zu tricky hier. Äh, so. Profile. Ne, warte mal. Äh... Was wird denn jetzt eigentlich gesucht? Wende zwei Rennen. Äh... Duo Tempo. Tempo. Renntrupp-Item. Und fahre acht normale Rennen. Oh, ich fahre normale Rennen. Ich fahre normale Rennen. Äh... Item Solo. Ist auch richtig, oder? Ah ja, ne? Okay. Ja, und dann suchen wir uns nochmal ein Spielchen. Ja. Da lässt sich doch nochmal was finden, ey. Alles Koreaner. Oh, 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 oh. Alles Koreaner, ey. Ja, okay. Vielleicht ein paar... Hier ist ein Schriftrecher noch dazwischen. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Wie? Trupp-Item? Hö? Ich hab noch Solo-Item genommen. Was soll die nun mal? Jetzt war ich auch noch im... Trupp... Ah, jetzt hab ich kein Fragezeichen erwischt. Jetzt aber. Ich hab noch was. Oha. Wasserblase. Nicht gut. Let's do... Autsch! Ahaha. Ah, wenigstens noch ein Fragezeichen erwischt. Und? Schöne Barrikaden aufgestellt. Ah, ja, aber danke schön. Ahahaha. Weck da! Das ist mein Fragezeichen. Naja, war keiner vor mir. Ist sehr schlecht. Jetzt war ich auch noch selber da rein, oder was? Hab ich jemanden erwischt? Ich weiß es nicht. Egal, ich bin erster Leute. Oh, nein! Schnell, we, 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 we. Nein, 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 nein! Ich glaube doch, kein Fragezeichen. Ich will auch mal eins erwischt. Oha, ich will auch eins. Jawohl. Ich weiß gar nicht, wofür das gut ist. Oha, Banane! Weck da! Oh, ich hab kein Fragezeichen gewischt. Echt jetzt? Gimals. Oha, das war knapp, Alter. Was hab ich mich selber in die Blase begeben? Oh, Mann. Fragezeichen. Ich frag mich echt, wofür das gut ist. Oh, nein! Ich hab jetzt erwischt. Das ist sehr schlecht. Da kommt noch ein paar. Ich hab jetzt erwischt. Oh, nein, 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 nein. Oh, letzter. Gibt es doch nicht. So, jetzt hab ich euch weggerammt. Hehehe. Okay. Ja, 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 ja. Viele behalten sich Waffen bis zum Schluss auf. Um dann die Gegner dann auf die letzten Plätze zu befördern. So, ähm. Nochmal. Modus wechseln. Äh, ich soll ein normales Rennen fahren, ja? Das ist doch hier ein normales Rennen, oder nicht? Warte mal kurz. Zeitangriff, Benutzer definiert, Tempo-Modus, Item-Modus, Solo, hätte ich gerne. Müsste eigentlich richtig sein. Man kann ja nichts anderes als X drücken. Naja, in dem Fall Y bei mir. Also, die Tasten sind irgendwie, ähm, total dämlich angeordnet. Das hab ich schon öfter erwähnt. Die sind nicht so wie beim Mixbox-Controller oder Playstation-Controller. Naja, Playstation hat ganz andere, äh, hat natürlich ganz andere Symbole. Aber ist mir egal, ich komm damit schon klar, also. Vielleicht mach ich das Ding mal auf und tausche mal die Tasten. So. Urbo-Jung. Weg da, ist mein Platz. Nein, ich hab mir doch anvisiert. Ja, natürlich der erste Verfolger. Natürlich. Ich musste mich ja selbst terminieren. Ich bin ja auch selten blöd, ne? Gib mir Fragezeichen. Voll. Oh, Bananen! Ah, jetzt hab ich ja fragt. Erwischt. Hahaha. Ey, klaute mir heftig vor der Nase weg, oh! Sollen die nun mal... Nein, jetzt auch noch in die Scheiß-Banane. Das gibt es doch nicht. Kann ich noch rückwärts fahren? Nein, kann ich nicht. Warum gibt es ja verdammt noch mal keinen Rückwärtsgang? Gibt es mal Mario da auch, oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, Banan. Muss ich dir alle einholen. Alle sind so ab... Arsch der Welt vor mir. Oh, es gibt Gewitterleute. Öh, 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 öh. Jetzt aber, du, du, Junge! Oh, nein! Jetzt hat er mir auch noch... Jetzt hat er mir auch noch das Item kaputt gemacht. Blöde Arschkrampe. So, ansaugen! Diese blöde Steuerung reagiert manchmal nicht. Warum denn nicht? Ja, das bringt mir jetzt eh nicht mehr. Das bringt mir jetzt eh nicht mehr viel. Naja, wenigstens Fünfter geworden. Immerhin Fünfter, Leute. Immerhin Fünfter. Naja, das ist jetzt nicht gerade einfach, aber... Entlupt. Entlupt, Leute. So. Versuchen wir noch eins. Komm. Versuchen wir noch eins. Item rennen. Schnell? Oder... Ach komm, machen wir schnelles Rennen. Miep, miep. Hui! Sieht die Karre geil aus? Ich finde sie geil. Boah, die Mucke, ne? Die Ursacht einem Ohrwurm. Ehrlich. Den ganzen Tag höre ich die Mucke im Ohr, Alter. Aber das beste Mittel dagegen ist... Am besten das Spiel spielen. Ich habe kein Fragezeichen. Ey! Das gibt doch nicht! Den blöden Arschkei. Jetzt habe ich mich selbst verlangt. Na, ich weiß nicht. Manchmal bin ich auch selten blöd. Ehrlich. Man visiert. Ja, das haben wir jetzt gut gelernt. Das haben wir jetzt richtig gut gelernt. Dankeschön. Aua! Nein, nicht in die Barrikade. Na, wünsche ich jemanden? Ich habe keinen Rückspiegel. Doch, ich habe jemanden... Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Die falsche Taste, verdammt. Nein! Leck mich doch! Ante! Es gibt's ein Gewitter, Leute. Aha. Ey! Das ist auch unfair, ob man jemanden vorwärtsschubsen kann. Nee, das ist auch unfair. Siehst du, genau das meine ich. Ey, du fährst hinter einem her und dann schubst du den auch noch vor dir her. Nein! Jetzt gibt's auch noch Gewitter. Der Blick soll nicht beim Scheißen treffen. Oh, jetzt klauen die mir auch noch hier vor der Nase die Scheiß-Fragezeichen. Decker! Oh, nee, nee, nein! Achter, das gibt's doch nicht. Oh, einer muss noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Ich muss das einfach machen. Ich bin sogar aufs Podium gelandet? Ernsthaft? Hm, alles Brodies. Okay. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Aber diesmal Solo-Item. Ich hoffe, ich finde auch ein Spiel mit Solo-Item-Gedönse und nicht im Team. Ich glaube, das war wieder so eine Teamsache, die vorhin ablief. Ich achte da meistens nicht drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Da gibt's so viele visuelle Eindrücke und überhaupt alles visuell, was dir in die Augen brennt. Ja? Du kannst dich... Ah, ist schon wieder Duo-Item. Naja, egal. Eistrecke mag ich ja besonders, ne? Gerade hier wegen dieser Ecke. Ey, klau mir doch noch das Ding. Jetzt aber. Autschen! Scheiß Wasserblase, ey. Blöde Wasserbombe, ey. Ui. Wofür das Driften gut ist, hab ich immer noch nicht verstanden. Kommt zwar gut um die Ecke, aber man muss dann gegenlenken. Und das ist manchmal nicht gerade einfach. Nächsten Turbo. Nein! Shoot. Aber wenigstens hab ich noch mein... Item. Ja, zweimal Tod und boh. Ey, klaut der mir schon wieder das Fragezeichen vor der Nase weg. Ah, jetzt kommen wir auch noch die Außerin. E.T. besucht mich. Wow, da war ne... Oh, ja. Da war ne... Blas, ey. Oh, ne. Schon wieder die falsche Taste erwischt. Aber immerhin sind sie verzweig da. Aber die meisten behalten sich. Spezielle Waffen für später. Und das werde ich jetzt in der Final Lab auch machen. Ich hab den ersten Verfolger. Na ja. 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 Jetzt hab ich selbst... Jetzt hab ich mir selbst versaut. Und? 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 Nein! Nein! Ich hab's geahnt! Ich hab's verdammt nochmal geahnt! Oh Mann, ich was? Ich hasse das wie die Pest, wenn die vor dem Scheiß zielen. Oh Mann! Naja. Egal. Es geht ja hier Spielspaß und Spannung. Und ein paar Aggressionen rauslassen. Aber das ist alles nicht so ernst gemeint. Der Zomek rächt sich gerne auf. Ich bin leider ein bisschen cholerisch veranlagt. Ähm. Naja. Ist halt so. Aber ich kann mir das... Ja. Ich hab das unter Kontrolle. Sagen wir mal so. Ich hab's unter Kontrolle. Ich kann das im Zaum halten. Und... Äh. Ja. Ähm. Wir bannen das Spiel jetzt. Und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Abo da lassen. Like und, äh, die Glocke aktivieren, falls ihr mehr sehen wollt. Ich sage... Tschüssiger, tschaußen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.